Du hattest gerade was. Hühnchen mit Reis. Da ist auch nichts mehr drin. Du hast auch einen Burschti schon gehabt. Ein leckerchen. Ja ohne Burschti. Ich meine jetzt reicht es. Oder? Kuchen gibt es jetzt nicht und auch kein Plätzchen. Ein Plätzchen. Moment. Aber nur ein kleines Stück. Vom Kuchen. So viel ist das der Hebelin. Wie ist das schon weg? Ja mehr gibt es da nicht. Jetzt ist aber mal Schluss. Schluss im Dom. So. Nachher wieder. Ich muss jetzt erst die Küche aufräumen. Hier sieht es ja noch aus wie Sau. Komm. Du hast jetzt genug. So. Mal dies. Was möchtest du? Die anderen haben noch nichts gekriegt. Nur du. Weil du die Älteste bist. jetzt ist aber genug. Was heißt das? Plätzchen? Oder Kuchen? Aber nur noch ein kleines Stück. Aber nur weil du die Oma bist. So. Jetzt muss ich erstmal die Küche aufräumen. Guck mal wie es hier noch aussieht. Du hattest gerade Hühnchen mit Reis. Ich meine das reicht. Für den kleinen Heavy Bauch. Hm? Du hast ja auch gut zugenommen. Ich finde das ist so. Ja ist so gut. Für 13 Jahre hast du noch eine gute Figur. Jetzt ist aber mal Schluss. Gibt jetzt kein Nachtisch mit. Da kannst du gucken wie du guckst. Was willst du denn noch? Aber jetzt wirklich nur noch eins. Ein kleines Häppchen noch. So. So viel Kuchen ist nicht gut für dich. So. Jetzt ist Schluss im Dom. Ist nichts mehr da. Ich muss jetzt aufräumen. Komm, wir gehen. Du kommst aus der Küche. Komm, du Truller. Ich weiß ganz genau was du willst. Ich verstehe dich. Aber jetzt ist Feierabend. Jetzt ist wirklich Feierabend. So. Jetzt ist aber Schluss im Dom. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.